Wenn nun ein Sender einen Frame an eine Zielstation sendet, erwartet er nach einer gewissen Zeit, abhängig vom eingesetzten Übertragungsverfahren, eine Bestätigung, dass die Daten beim Empfänger angekommen sind. Ist zum Beispiel beim Empfänger die Netzwerkkarte defekt, wird der Empfänger keine Bestätigung an den Sender zurücksenden können. Deswegen startet der Sender nach Übertragung eines Frames einen Timer. Dieser Timer legt die maximale Zeit fest, die die Sendestation auf eine Rückmeldung des Empfängers wartet. Somit wird erkannt, dass die Daten angekommen sind. Ist dieser Timer abgelaufen, versucht die Sendestation die Daten erneut zu senden. Je nach Übertragungsverfahren wird die Prozedur mehrfach durchgeführt. Dieses Verfahren nennt man Frame Redransmission.